Was bildet ihr euch ein? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Moment! Was habt ihr da? Was für eine beeindruckende Waffe! Sie kann bestimmt sehr schmerzhaft sein. Ihr macht mich langsam wütend! Ich bringe euch um! Ich reiße euch das Herz heraus! Ich werde das Mana aus euren Knochen saugen! Ich... ich... Ich ergebe mich. Bitte vergebt mir, mein Freund. Es tut mir auf. Es tut mir richtig leid! Solch pure Energie! Sie hat mir den Verstand vernebelt! Ich hoffe, meine Lumpen und meine Verzweiflung sind nicht alles, wonach ihr mich beurteilt. Ich bin kein Ungeheuer. Schaut, ich werde es euch beweisen. Ich bin nicht mana-süchtig wie diese elenden Kreaturen. Ich bin konsequiert worden! Ich bin allein! Schaut, ich bin trochę dran!